Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu heute mal wieder Express und ja natürlich mit Routing endlich mal wieder. Wir sind einigermaßen durch mit dem Server-Side-Rendering und wollen uns jetzt noch ein bisschen mit den komplexeren Routen auseinandersetzen. Denn in den meisten Fällen habt ihr ja nicht einfach nur sowas wie ein Slash hier, sondern ihr habt halt komplexe Routen. Sowas wie bei YouTube, wo ihr dann zum Beispiel habt YouTube.com und dann sowas wie C für Channel The Morpheus 407 und dann Slash Videos. Das ist einfach eine Route, die etwas fortgeschrittener ist. Ich meine Slash C würden wir hinkriegen, Slash The Morpheus 407 würden wir auch hinkriegen und Slash Videos auch noch. Aber, und das ist jetzt das große, große Aber, was ist denn, wenn ich vielleicht einen anderen Kanal habe? Also ich meine, jeder hat hier oben sein eigenes Ding, ne? Da sind wir wieder mal bei dem Thema, wie macht man das, dass man für jeden seine eigene Website generiert? Also, dass wirklich ich meinen eigenen Kanal habe und dass noch hunderttausend andere ihre eigenen Kanäle haben. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter, denn ich kann nicht für jeden hier eine Datei anlegen. Das wäre absoluter Wahnsinn. Was ich stattdessen mache, ist, ich betreibe Routing und zwar fortgeschrittenes Routing. Wir kennen ja schon das einfache Routing, also jetzt zum Beispiel Slash C, das wäre ja kein Problem. Aber, was ich jetzt natürlich brauche, ist, ich brauche ein Routing, was mir eine Kanal-URL entgegennimmt. Also sowas wie eine ID, kann man sagen. Ich heiße ja The Morpheus 407 offiziell quasi bei YouTube. Und dementsprechend kann ich hier auch hergehen und sagen App.get. Ja gut, eigentlich kann ich mir hier sogar das ganze Ding kopieren erstmal. Und jetzt möchte ich hier The Morpheus 407 hier rein haben und davor vielleicht noch ein C. Also C, Slash C, Slash The Morpheus 407. Cool, das kann ich soweit auch aufrufen. Hallo Morpheus Home. Ja, also wir packen uns jetzt hier kein richtiges Frontend rein. Das ist wie gesagt was, was ihr in Angular oder React machen würdet. Das ist nicht das, was wir in diesem Kurs machen wollen. Wenn wir das jetzt hier anwählen wollen würden, dann würden wir einen Fehler bekommen, weil ich nicht gespeichert habe, oder? Oder so? Weil ich natürlich komplett boosted bin und noch nicht umgestellt habe. Ich habe ja eine neue Datei hier erstellt, routing.javascript. Aber ich habe es noch nicht in meiner Run-Konfiguration umgestellt, dass ich jetzt die Routing starten möchte. Und ja, ich erstelle nicht jedes Mal ein neues Projekt, denn ich bin sehr faul. Das muss man natürlich dazu sagen. So, und wenn wir das jetzt hier sehen, dann haben wir hier Hallo Morpheus Home. Wunderbar, das ist doch toll. So, was machen wir jetzt also, wenn wir hier 100.000 verschiedene Kanäle haben? Tja, dann haben wir ein Problem, denn dann brauchen wir hier Parameter drin. Und das kann man durchaus machen mit einem Doppelpunkt vorne dran. Das sind im Endeffekt Routen, die variablen Namen entgegennehmen. Das heißt, ich kann sowas machen wie Doppelpunkt und dann Channel Name. Ja, oder ich mache es so als Channel Name. Und wenn ich diesen Channel Name jetzt dann hier unten ausgeben möchte, also jetzt zum Beispiel einfach das hier, ja, dann kommt auch Hallo Morpheus Home. Hier kann ich aber jetzt alles eingeben, was ich möchte. Es kommt immer Hallo Morpheus Home, okay? Das heißt, das, was jetzt hier hinter dem C steht, ist komplett variabel. Das C ist nicht komplett variabel. Hier darf ich nichts anderes hinschreiben, außer C, weil dieses C hier fest drin steht. Genauso wie dieses Slash hier fest drin steht. Wenn ein Doppelpunkt davor steht, dann ist das eine Variable. Wenn kein Doppelpunkt davor steht, ist es keine Variable in der Route. Und dementsprechend, naja, wenn ich hier meine Variable eben ausgeben möchte, dann kann ich das machen, indem ich zum Beispiel ein Dollar, ähm, und, ähm, dann kann ich das hier ausgeben über, ähm, rec.param. Ah, Plural, Params. Und dann Punkt eben dem Namen, den ich hier habe. Also in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Channel Name. Aber es kommt natürlich darauf an, wie ich das Ding hier genannt habe, damit das auch wirklich funktioniert. So, jetzt muss ich ganz kurz hier die Dinger, ähm, umtauschen. Nur eins davon, bitte. Danke. So, nein. Pass weg. Okay, ähm. Und Channel Name wird mir jetzt hier natürlich nicht angezeigt, dass das funktioniert. Das ist hier oben eben erstmal definiert worden. Das passiert im Hintergrund. So, und jetzt habe ich hier natürlich Hallo TheMorphous407 Home, weil das im Endeffekt hier oben in der Route drin steht. Das heißt, ich habe jetzt dieses Ding als Parameter hier oben akzeptiert. So, wenn wir uns jetzt nochmal YouTube angucken, dann haben wir hier natürlich nicht nur TheMorphous407 Home, sondern wir haben auch Videos und so weiter und so fort. Und Videos gibt es wiederum natürlich nicht. Denn, naja, hiernach geht es natürlich nicht weiter. Also baue ich mir hier eine neue Route und mache hier Videos hinten dran. Also Rec.Params.ChannelName und nicht mehr Home, sondern Videos. So, wunderbar. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann sehen wir hier, ja, das sind jetzt meine Videos. Und es ist jetzt völlig egal, wie mein Kanal heißt. Das wird hier immer ausgegeben und das ist immer genau da. So, das ist eine der berühmtesten Möglichkeiten, um irgendwie Parameter in Routen direkt anzunehmen. Womit wir aber vorsichtig sein müssen, ist natürlich, wenn wir hier jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, wir haben hier zwei Routen. Einmal haben wir ChannelName und einmal haben wir Channel. Dann wird natürlich, wer hätte es gedacht, niemals der Channel irgendwie funktionieren, ja. Also ich werde hier immer nur das hier bekommen. Das ist meine obere Route. Während den Channel, den bekomme ich hier niemals. Also ich kann hier mal gerne, ähm, ein, ähm, ein Console.log niemals eingeben. Wobei, niemals muss man auch dazu sagen, es stimmt nicht ganz. Ähm, wir können es so machen, dass es kommt. Also hier, wir sehen ja, das wurde niemals ausgeführt. Wir gehen hier nur bis zum ChannelName und dann ist fertig, ja. Diese Route hier oben matcht das Ganze, ja. Die nimmt das Ganze entgegen und sagt, ey, das ist in Ordnung, ich hab hier was und sendet dann was zurück. Aber die sendet nur was zurück und die geht nicht ins Next über. Also wenn ich jetzt den Next aufrufen würde, dann würde ich auch noch den Channel hier unten bekommen. Das wäre was anderes. Dann hab ich hier auch mein, ähm, mein niemals, das ausgegeben wird. Aber dann hab ich natürlich direkt ein Problem, weil die Anfrage ist natürlich schon mal gekommen. Ähm, also hier, ähm, normalerweise, wenn wir eine Route haben, die was matcht und die danach nicht mehr weitergeht, dann, ähm, ja, sind wir hier fertig. Das heißt, diese hier wird niemals aufgerufen werden. Was aber durchaus aufgerufen wird, und das ist ein kleiner Lifehack, den uns, ähm, den uns Express gibt. Ähm, das will ich euch mal ganz kurz zeigen noch. Und zwar, ähm, Express stellt euch zur Verfügung, um zu checken, ob irgendeine Route irgendwo mal mit dem ChannelName oder mit irgendeinem anderen Parameter in Berührung kommt. Und das könnt ihr über eine, eine ganz grundlegende Funktion machen, App.param. Äh, nicht Params, sorry, sondern Param. Und hier rein kommt dann, welcher Parameter, welchen würdet ihr denn gerne überprüfen? Ähm, in meinem Fall wäre das natürlich gerne ChannelName, also ChannelName. Und, ähm, hiernach kann ich quasi meine ganz normale Funktion aufbauen. Ähm, machen wir so. So. Und diese Händler-Funktion ist im Endeffekt wirklich wieder Request, Resource, Next und, wichtig, ChannelName. Ja. Das ist jetzt noch hier mit dabei. Und dieser ChannelName, den kann ich jetzt hier zum Beispiel loggen. Also ich kann den zum Beispiel irgendwie verarbeiten. Äh, in meinem Fall will ich ihn einfach nur loggen. ChannelName. So. Und danach, ganz, ganz wichtig, Next natürlich aufrufen. Ansonsten funktioniert nichts anderes mehr. So, wenn ich jetzt also das Ding hier aufrufe, dann sehen wir hier, bam, the Morpheus 407, also mein ChannelName, wurde über diese App.param geloggt. Und, ähm, das liegt einfach da dran, dass dieser ChannelName, also dieser Parameter-ChannelName, in der Route gefunden wurde, die gerade relevant ist. Wenn ich jetzt hier natürlich nur ChannelName da reinschreibe, ja. So, achtet darauf, hier steht ChannelName und hier unten steht ChannelName, also bei den Videos. Wenn ich ChannelName habe, also quasi hier ohne Videos das Ganze aufrufe, dann passiert hier gar nichts, dann triggert die nicht. Es kommt hier wirklich drauf an, ob App.param wirklich genau diesen Parameter hier findet, also mit genau diesem Wert. Wenn es das findet, dann passiert das, was in App.param drin ist, ansonsten nicht. Wenn ich jetzt also hier auf Slash-Videos gehe, dann bekomme ich hier meinen ChannelName geloggt, weil hier unten habe ich natürlich immer noch den Parameter ChannelName. Das heißt, App.param ist völlig egal, wie die Route ist, solange irgendwo dieser Parameter ChannelName vorkommt, ist das ein Parameter, der hier geloggt wird. Und der wird dann immer geloggt. Das heißt, wenn ich das jetzt so schreibe, dann wird hier dieses Console.log ausgeführt, egal ob ich das hier aufrufe, also diese Route aufrufe oder diese längere Route. Übrigens, Videos ist natürlich kein Parameter, sondern ein fester Wert. Also wenn ich jetzt hier statt Videos das schreiben würde, ist natürlich nicht gefunden, ja. Während wenn ich das jetzt mit einem Doppelpunkt schreiben würde, dann ist es völlig egal, ob das jetzt Videos ist oder ob das jetzt das da ist. Das funktioniert dann immer. Wie gesagt, wenn es einen Doppelpunkt davor hat, ist es eine Variable. Das heißt, hier wird eine neue Variable definiert und es ist egal, was da für ein Wert drin steht. Wenn der Doppelpunkt nicht davor steht, dann ist es ein fester String, den wir hier drin haben. Okay, ja, so viel eigentlich zu dem Thema. Das ist schon mal das Wichtigste, was Routing angeht. Die Frage ist jetzt natürlich, warum brauche ich dieses App.param? Und das ist vor allem nötig, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Input-Werte zum Beispiel parsen wollen, ja. Das heißt, wir wollen zum Beispiel irgendwas machen. Webseiten oder News-Webseiten machen das ganz gerne, dass sie noch irgendwie einen Key mit in die URL reinpacken. Einen View-Key zum Beispiel oder sowas. Oder sie wollen zum Beispiel einen Titel noch mit in der URL drin haben. Dann schreiben sie den in die URL teilweise rein und setzen den dann eben als Headline auch für Suchmaschinen, beziehungsweise eben als Webseiten-Titel. Das kann man machen. Gibt aber natürlich noch hunderttausende mehr Möglichkeiten, was man alles mit diesem App.param machen kann. Also zum Beispiel überprüfen, ob der auch in Ordnung ist, ob der in der Datenbank überhaupt vorhanden ist und ob der auch wirklich Videos hat oder ob der überhaupt relevant ist oder wie auch immer. All diese Dinge kann man hier natürlich noch damit machen. So, also das zum Thema Routing erstmal, beziehungsweise eigentlich Routing ist ja nichts anderes jetzt in dem Fall als irgendwelche Informationen aus der URL rauszubekommen. Nächstes Mal schauen wir uns noch an, wie wir das vielleicht ein bisschen modularer machen können. Und ja, das war's von meiner Seite. Bis dann. Ciao.